Angela Jans, bravo! Sie sind Schweizer Meisterin, die erste Frau im Karosseriegewerbe, die Schweizer Meister geworden ist. Was ist das für ein Gefühl? Also ich denke, im Moment realisiere ich es gar noch nicht wirklich. Ich bin glücklich, ich bin froh, dass ich das mit den Leuten, die hier sind, teilen kann. Das bedeutet mir viel und ja, ich bin wirklich glücklich. Was denken Sie, warum haben Sie gewonnen? Also so wie ich jetzt gehört habe, hat er mir auch gesagt, dass ich durch die ganze Arbeit sozusagen meine Ruhe gehabt habe. Ich habe mir wirklich bis in die letzten Minuten immer Zeit genommen. Ich war immer bei den Letzten. Ja, ich weiss nicht, vielleicht durch das. Ich habe schon immer gerne genau gearbeitet. Und ich denke, das wird es gewesen sein. Und Glück! Ja, ich hatte einen guten Tag. Wem würden Sie den Beruf empfehlen? Also sicher jung oder motivierte Leute, die sich selber motivieren können, die gerne genau arbeiten. Und ja, die freut sich auch, dass Autos haben, das ist auch etwas sehr Schönes. Und allgemein auch Farbe. Das ist ein schöner Beruf. Und ja, für Frauen genauso gut machbar, wie man es sieht, wie auch für Männer. Das ist ein schöner.